Ja! Sire! Wollen wir nicht lieber die Treppe nehmen? Oh ja, richtig! Gute Idee, Bertie, das war wirklich viel leichter. Tja, ich glaube, es ist an der Zeit herauszufinden, wie heldenhaft ich wirklich bin. Oh, ähm... Oh! Wow! Wow! Ja, das sieht sehr nach einem Webstuhl aus, nicht wahr? Oh! So ein schmackhafter Häppchen für mich! Verzeihung, Madam, ich bin nicht hier, um gefressen zu werden, ich bin hier, um mein Schicksal zu erfahren. Außer natürlich, es ist mein Schicksal, gefressen zu werden, dann. Agatha! Was habe ich dir bei das Fressen von Gästen gesagt? Ja, genau. Tut mir leid. Ganz recht. Verzeiht das Benehmen meiner Schwester, sie ist es einfach nicht gewohnt, Besuch zu empfangen. Ist schon gut. Keine Sorge, ich bin Vegetarierin. Nun, sei gegrüßt, Holdes. Weibsbild, ich bin Prinz Ivendone. Wir wissen, wer ihr seid, Prinz Ivendone. Der Webstuhl hat vorhergesagt, dass ihr uns besucht. Ähm, ich bin Lady Hilda. Wächterin des Webstuhls, Seherin des ungesehenen Auges der Zukunft. Das ist meine Schwester, Lady Agatha nicht! Böse Herr Pür! Agatha, spuck ihn aus! 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 Spuck ihn aus, sagte ich! Bitte entschuldigt vielmals erneut. Geht es dir gut, Bertie? Ja, alles gut. So etwas passiert mir öfter, als ihr denkt. Also gut, erzählt mir nun etwas über mein heldenhaftes Schicksal. Willst du dein Schicksal erfahren? Hier, unsere Handflächen mit glitzerndem Gold verziehen. Ja, selbstverständlich, Bertie. Mein glitzerndes Gold, bitte. Und zwar schnell. Ach, herrje. Wir haben nur noch diesen einen angelaufenen Penny übrig. Oh, das kann nicht. Gern geschehen. Webstuhl, oh Webstuhl, dein Wissen uns offenbar. Was wird schon bald aus Prinz Ivendow? Bla. Bertie, es geht los! Oh! Oh! Saya, keine dieser Vorhersagen ist besonders ermutigend. Nun, wir wussten, dass die Reise zum Berg des Adlers gefährlich wird. Doch alles, was zählt, ist, dass wir die goldene Feder finden. Der Prinz wird aber keine goldene Feder finden. Entschuldigung, wie bitte? Seine Eltern werden überaus enttäuscht sein und auch ein wenig beschäftigt. Nein! Seine Untertanen werden ihn verspotten. Das wagen sie nicht. Und zu guter Letzt verlässt ihn auch noch sein Knappel. Und wie kannst du nur? Saya, ich will also euch niemals. Gibt es jemand anderen, einen anderen Prinzen? Nein, natürlich nicht. Die Prophezeiung ist vollendet. Aber das kann nicht sein. Der Wippstuhl irrt sich. Keine Rückgabe. Nein, ich will kein Geld zurück. Ich will ein neues Schicksal. Eins, bei dem ich die goldene Feder finde und mich alle bewundern. Naja, und wenn wir schon mal dabei sind, dann möchte ich gern größer sein. So etwa. Oh, und mit mehr Muskeln und einem größeren Geweih. Bert, willst du vielleicht auch etwas? Einen neuen Hut? Und einen neuen... Einen neuen Hut? Bertie, du kannst dir gerade alles wünschen und du willst einen Hut? Naja, meiner hat ein Loch. Na gut, die goldene Feder, alle bewundern mich insgesamt größer und ein neuer Hut für Bertie. Das wär's dann. Dankeschön. Nein, so funktioniert das aber nicht. Der Webstuhl kontrolliert die Zukunft nicht. Er kann sie nur vorhersehen. Tja, ich glaube nicht, dass er das kann. Ich glaube ja, ich glaube, dass das alles Mumpitz ist. Aua. Wir gehen jetzt. Wissen wir bereits. Aua. 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 Wir hätten sie fressen sollen.